Handwerkern achtmal vom Gerüst gefallen, dreimal hängen geblieben, an Rohren um eine Schöffelhose zerrissen und fünfmal habe ich mit dem Bauleiter gestritten. Einmal bin ich sogar in einen LKW-Betonmischer hineingefallen, weil ich ihn ganz nahe von innen nach außen fotografieren wollte, wie der Beton dann herauskommt. Die Bauarbeiter haben wochenlang gebraucht, bis sie mich aus dem Beton klotzt.